Hey, hey du, hey, hey, bleib mal hier. Hey, was machst du hier in meinem Hotelzimmer? Ja, das gehört mir tatsächlich. Weißt du, du wirst hier ein bisschen rumschauen, was es hier so gibt, ey, kein Problem. Hier drüben gibt es so einen Spiegel, weil, ey, ich muss mich einmal am Tag, muss ich mich mindestens sehen. Der Kleiderschränk hier hat auch noch so ein paar Spiegel, weil ich kann nicht genug von mir kriegen, ey. Ja, mein Hotelzimmer hab ich auch mit einem Meeting gebucht hier, weil ich für mich nachts immer allein und ein hab. Ja, ich sitze meistens so und denke über alles nach, über mein Leben, auch über die Videos, über Gags. Ich sitze dann meistens so, hier so. Das ist bald immer so ein bisschen eng hier, aber es geht schon. Ja, Freunde, das war's auf jeden Fall. Tut mir leid, ich bin ein bisschen erschöpft, irgendwie hat mich die Fahrt fertig gemacht. Ich bin hier gerade in München mit Jana und wir besuchen die Games-Welt. Und, ähm, ja, ich wollte sagen, dass ich heute um 19 Uhr auch live bin bei Games-Welt. Ich war gestern schon da, haben wir ein bisschen gespielt und, ähm, heute spielen wir ein bisschen Isaac gegen den DK. Also, DK und ich live auf Games-Welt werden wir gegeneinander ein bisschen, äh, zacken. Und ich hoffe, ihr schaut vorbei ab 19 Uhr. Links sind wie immer in der Videobeschreibung. Und, ja, wir sehen uns dann. Wann bin ich da? Wann bin ich wieder zu Hause? Sag da. Jana, sag mal. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, Mittwoch, Mittwoch, wir bleiben jetzt noch, nee, Mittwoch und Donnerstag. Donnerstag bin ich wieder zu Hause, dann wird wieder bei mir gestreamt. Okay, bye, Bussi, Bussi. Hey, babe. Nämlich nicht babe. Was ist nicht babe? Weil das, dass es pecklos ist. Hey, boob. Das ist kein Wort. Hey, boob. Das ist sein balansches Wort für immer. Hey, boob. Hey, boob. Das ist eine Bedeutung. Boob. Boob. Hey, Bussi. Kein Wort. B-di-bi-di-bi-di-bi. Mein Wort. Hey, boob-di-bi. Das ist okay, das ist ein schlechtes Wort, das Baby sagen. Di-bi. Nein. Alles nicht. Scheiße. Oh nee. amed Ich.